Willkommen zu einem kompakten Update, einem Tagesupdate für die Indizes DAX, NASDAQ, S&P 500 und Dow Jones. Mein Name ist Frank Schuh von Eldritch River Live. Hier haben wir den DAX Index im 4-Stunden-Chart vor uns und wie in meiner Wochenanalyse angekündigt, haben wir hier oben die Welle 1 ausgebaut. Die scheint beendet zu sein. Wir sind nun auf dem Weg nach unten in der Welle 2 und diese Welle 2, die hat verschiedene Möglichkeiten für einen Rücklauf. Den zeichne ich mal kurz ein hier. Das wäre der Idealrücklauf und der Bereich, der jetzt hier noch stehen bleibt, das sind die Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, es kann gut sein, dass der Rücklauf bis 13.200 geht. Die größte Wahrscheinlichkeit hat 12.871 und eine nicht ganz so hohe Wahrscheinlichkeit, aber problemlos möglich 12.399. Das wird sich hier noch zeigen. Ich wechsle in den Stunden-Chart und mache es kurz. Wir sind hier jetzt in der pinken Abwärtsbewegung, in der 5. Welle und machen eine Welle A. Danach kommt hier die Welle B, die wieder aus einer A, B, C besteht und so weiter und dann geht es runter in die 2. Das heißt, wir machen jetzt quasi die erste Hälfte dieser Abwärtsbewegung im Moment fertig. Da sind wir gerade in der Welle 3. Die Welle 3, die ich hier bei 161,8 habe, die kann problemlos hier zu Ende gegangen sein eben. Ich lasse sie auch mal dort stehen. In dem Fall würde dieser Rücklauf dann hier noch ein Stückchen nach oben gehen und es geht runter. Das werden wir dann sehen. Viel Platz hat der nach oben jetzt nicht mehr, sonst haben wir hier eine Überschneidung zwischen der Welle 4 und der Welle 1. Das heißt, es geht noch mal ein Stückchen nach oben. Das ist aber nicht besonders wild. Und dann ist erstmal der Weg wieder für weiterfallende Kurse gelegt. Hier diese grüne Zone ist sehr, sehr wichtig. Wenn wir die durchschritten haben, dann sind wir endgültig bierig unterwegs. Wenn wir daran abprallen, was auch passieren kann, dann spielt die 14.340 auf der Oberseite wieder eine große Rolle. Wir sind momentan innerhalb dieses Spielfeldes. Und dort, wo wir zuerst ausbrechen, da geht es dann auch voraussichtlich erstmal weiter. Aber das muss dann auch ein nachhaltiger Ausbruch sein. Hier, das hat jetzt einen Charakter, dass wir fallende Kurse haben. Ich erwarte also jetzt fallende Kurse bis in den Bereich 13.600, 13.500 Punkte innerhalb der nächsten ein bis zwei Wochen. Gehen wir weiter und schauen uns den Nasdaq an. Im Nasdaq haben wir, wie bereits angekündigt, die Welle 2 nun abgeschlossen und sind ebenfalls auf dem Weg nach unten. Allerdings nicht in korrektiver Weise wie beim DAX-Index, sondern auf impulsive Weise in der Welle 3. Hier sehen wir jetzt gerade, wo wir uns befinden. Wir sind hier innerhalb der Welle 3 in der Welle 1 hier in Pinkfarben und innerhalb dieser Welle 1 sind wir in dieser mintfarbenen Fünferkombination. Und hier haben wir jetzt voraussichtlich die Welle 3 beendet, machen nun die Welle 4. Sie könnte jetzt auch gerade in dem Moment, wo ich hier rede, fertig werden, weil dieser Strich, der hat sich jetzt gerade in den letzten paar Minuten entwickelt. Das soll jetzt auch egal sein. Die Welle 4, wir hatten hier in der 2 einen sehr starken Rücklauf. Die könnte jetzt also tatsächlich hier zu Ende sein. Nein, das ist nicht wahr. In der mintfarbenen 2 hatten wir nur einen sehr mäßigen Rücklauf. Das heißt, die darf noch etwas weiter laufen. Die könnte auch bis 50% gehen oder sogar höher. Die könnte sogar noch hier bis kurz vor das Ende der 1 reichen. Also hier noch ein paar Punkte nach oben Luft. Dann geht es wieder weiter nach runter. Ich erwarte dann fallende Kurse bis in den Bereich 11.200, 11.300, wenn das hier erledigt ist. Und einen Stopp muss man dann hier bei der 1 setzen, um das entsprechend zu handeln. So weit zum Nasdaq. Weiter geht es mit dem S&P 500. Kurz und bündig ist es so, auch hier haben wir, wie angekündigt, die Welle 1 beendet und sind jetzt hier auf dem Weg in eine A, eine B und dann weiter tief runter in der Welle C, irgendwo hier im Bereich zwischen 3.790 oder 3.725, auch möglich ist 3.620. All das ist im Bereich des Möglichen 50, 61,8 und 78,6. Das sind die gängigen Retracements der Welle 2. Hier die Welle A, B, C ist jetzt hier in einem Idealverlauf angegeben. Die muss natürlich nicht so sein. Die B kann länger sein, die A kann kürzer sein. Alles gar kein Problem. Deswegen ist das mit Vorsicht zu genießen. Hier genauso wie eben hat sich jetzt gerade, während ich gerade hier rede, noch ein bisschen was getan. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass das hier unten dann unsere 3 ist. Das hat sich alles in den letzten paar Minuten noch so entwickelt und dass wir hier noch ein paar Pünktchen nach oben haben, bevor wir dann den Rückwärtsgang einlegen und hier unten in die A reinlaufen, circa in den Bereich 3.800, 3.850 als erstes Ziel. So viel zum S&P 500. Weiter geht es zum Schluss mit dem Dow Jones Index. Gleiches Bild im Dow Jones. Hier oben, wie angekündigt, die Welle 1 beendet. Wir sind hier in einer 2. Die hat auch ziemlich viel Potenzial nach unten. Hier auf der Oberseite bei 50% Retracement erreichen wir die 31.629. Aber wir haben auch noch Luft bei 61.8% in dem Bereich 30.900 oder auf der Unterseite auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit versehen die 29.800 bis 900. Alles das ist gar kein Problem. Das darf der Dow Jones machen. Hier im Stundenschatz sehen wir dann auch, wo wir gerade sind. Wir sind auch hier in der ABC der Welle 2. Hier die 1, 2, 3, 4, 5 der Welle A. Und hier sind wir jetzt ebenfalls die 3 hier. Die hatte ich eben noch als erledigt hier angekennzeichnet. Die Welle 4, die darf schon zu Ende sein. Die darf noch ein bisschen laufen. Die darf bis zu dieser Make-up-Break-Linie gehen. Bis 34.116. Ihr wahrscheinlichstes Ziel ist natürlich hier irgendwo um die 38%. Das ist aber nicht in Stein gemeißelt, muss nicht genauso kommen. Anschließend, wenn die Welle 4 jetzt beendet ist oder beendet wird, heute noch, dann erwarte ich anschließend fallende Kurse bis in den Bereich 32.790, 32.800 Punkte. Das war es soweit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis dahin Frank Shu von Elliot Waver live.